Unser Sortiment ist ständig in Bewegung. Wir versuchen das Sortiment nach den Kundenbedürfnissen auszurichten und die können immer mal wieder wechseln. Zum Beispiel saisonal wechseln sie. Im Sommer zum Beispiel hat man mehr Lust auf einen Salat, im Winter dagegen vielleicht mehr Lust auf eine Suppe und auch Trends spielen eine wichtige Rolle. Also wir möchten gerne auch Trends abbilden mit unseren Neuheiten. Ich zum Beispiel habe auch immer mal wieder Lust was Neues auszuprobieren und einen Artikel das erste Mal im Coop kaufen zu können. Damit wir den aktuellen Geschmack der Kunden möglichst gut treffen, machen wir sehr viel aufwändig Analysen und entwickeln auch viele Produkte selbst neu. Am Schluss gehört auch häufig eine Prise Bauchgefühl dazu, um die richtige Entscheidung zu treffen. Der Platz in unseren Verkaufsstellen ist beschränkt. Das heißt für jede Neuheit muss auch wieder ein Artikel aus dem Sortiment rausgehen. Dabei werden die Artikel von wenigen Kunden gekauft werden, gestrichen und machen Platz für die hoffentlich tollen Neuheiten. Und wenn wir es richtig machen, dann gibt es nach jedem Wechsel weniger enttäuschte und mehr glückliche Kunden.